hallo liebe zuschauer flackerndes bild juhu willkommen zurück zum flackernden bild new order ne quatsch willkommen zu wolfenstein new order und ja wir sind immer noch auf dem mond das war ja letzte folge die reise zum mond war das letzte wo wir stehen geblieben sind was war das also light munition gedacht das wäre eine neue waffe schade so dann drücken wir mal einen knopf was auch immer das bringen soll keine ahnung okay moment mal ich habe eine gezogene waffe ist ihnen scheiß egal explosions gefahr explosions gefahr so einem aufladen okay so viel dazu hey die haben laser kanonen jetzt haben wir alle laser kanonen nur ich darf laser kanonen haben da ist noch einer okay warte moment unser aufladen gleich wieder da ja vorbei warte mal schon die energie dann komme ich zurück mein freund wo ist er denn hallo 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 mich verarschen nach da bist du aber ich habe keinen zielfernrohr drauf von daher wird mir das eigentlich wenig bringen aber vielleicht ist die ja stärker als das laser eine schleuse okay ach nö zwei alarm futzis wieder müssen wir aufpassen weil ihr wisst ja wenn der alarm hans alarm schlägt dann ist die kacke am dampfen so ich finde das voll blöd dass keine anti-aliasing anmachen kann die können das mal nachpatchen hallo bei pc spielen ist anti-aliasing ein muss läuft zu uns sieht er uns blind fisch du blöder blind fisch wieso sind die rot auf einmal hier die soldaten sind weiß anstatt schwarz die typen sind rot dieser alarm futzis da sind zwei alarm futzis sonst würde ich den jetzt erschießen dann wäre er schon weg aber wenn ich den jetzt erschieße schlägt der andere alarm der noch irgendwo hier rumläuft ne ein dilemma so kommen er kommt klappe feuer frei sind wir hier aber rammstein oder was ist nix mit feuer frei guck schon gerade aus boah voll durchs gesicht oh dual wield handgun geil schau mir vor schwarz so da unten ist der andere was ist das für ein kim und korn visier bitteschön voll für den arsch keine lust hier voll das riesen drach wieder auszulösen deswegen will ich das jetzt im stealth modus machen hier ist wieder eine kiste da ist wahrscheinlich Amor drin oder so Amor mio ne rüstung meine ich natürlich toll boah krass ah alter schwalter walter ich verarsch jetzt schickt der verstärkung krass ok geht voll ab ich hab gedacht das wäre wie die marksman riffel die normale diese sniper was bastard was ist das denn hier voll der scroll im weg rum badabum badabang 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 hier luschen achso ich will nachladen stimmt das muss man ja aufladen das ding wir müssen wahrscheinlich nie irgendwas aufladen ne boah guck euch das mal an und die eine ist voll wie cool ist das denn komm so da ist noch irgendwo einer da unten ach das ist so ein dicker wieder ok warte mal hier für dich boah man ey oh mein gott was sind das für waffen bitteschön schießt er mit erbsen oder was so ein scherz jetzt hat sich das angehört herbsenkanone so äh ok da kann man die teile abschießen dann kann man wenn man das komplett laut macht kann man die wie luft jagen an den rohren tolle sache was ist das target ding das krieg ich jetzt erst sehr früh nö was was ist das denn bitteschön für ein visier ist ja wohl ein scherz kein visier äh was war das denn hallo aufladen geht doch sind die jetzt mit aufgeladen die anderen oder muss ich die separat aufladen ok einmal ja die andere ah sehr schön so leute ähm ich hab keine ahnung wo ich hin muss hallo hallo wir müssen da rein äh irgendwas übersehen hallo 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 funktion blabla äh äh leute ja schön ich muss da rein aber wie hier ist zu bestimmt unten irgendwo lang äh hier ist auch zu wettig ja ok ist hier ein geheimgang hier vielleicht ah ok ähm ich muss doch die dinge hier benutzen nö hier die explodieren nur aber aber vielleicht geht da wie die tür auf bumm glaube ich zwar kaum aber man kann es ja mal probieren was gibt es hier schönes granaten sehr schön pff 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 das ist eine Explosion ey voll mickrig und schlecht einfach nur aber hier bin ich hergekommen ne jaaa haha hu 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 da hinten ist grün und grün ist gut weil grün können wir rein hier ist rot überall rot also müssen wir da rüber nein falsche richtung labor meinst labor pff ja hallo also müssen wir doch hier lang was ist los lass mich mal rein hier jetzt geht die tür auf hä mich veräppeln äh ach ich kann mir die zahlen merken deswegen scrolle ich lieber ist zwar ein bisschen umständlich aber büstung IPIO gespeichert wenn er gespeichert hat bedeutet das dass gleich was passiert ach nö ach nö zwei aha ach du scheiße ist hier der riesen Arsch soll ich mich durchballern wie bitte wie schnell hat der denn bitte schön Alarm ausgelöst wie bitte wie schnell hat der denn bitte schön Alarm scheiß Roboter scheiß Roboter hübsch kalt oh wieder so ein ganz dicker ah da liegt er im dreck ja du kommst auch mal raus so so das Aufladen aufladen ja das Aufladen nervt ein bisschen muss ich sagen aber die Waffen sind halt schon geil ne vor allem dass man immer nur eine aufladen kann und keine zwei Waffen auf gleichzeitig das wäre doch viel komfortabler gut oh schon wieder das alte hier könnte ich jetzt aufmachen aber ich habe keine Lust das alte Wolfenstein Messer 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 was hier schön ist lecker werden sie Mondsoldat genau ich wollte schon immer Mondsoldat werden damit ich auf dem Mond Krieg führen kann und da rumlaufen kann wo keine Sau ist schon voll Spaß und ist voll spannend Ah ich habe seine Waffe wieder aufgehoben sehr schön so hier ist überall rot also gehen wir mal da lang ok da müssen wir rein sehr sehr einladen ich so nehme die Waffen ich habe doch die als letztes da runter äh 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 da runter ja ja Entry ich will kein Entry das höre ich mir alles an wenn ich das nochmal durchspiele auf einer schwierigeren auf einer schwierigeren Stufe ist hier ein Signal? nö kein Signal ok ok wir sind unentdeckt wir sind unentdeckt wir sind unentdeckt ok ok ich habe ihn Leute toll das regt mich so auf ne wenn man Wurf Messer als letztes eingesammelt hat und dann jemanden erstechen will wirft das Messer erstmal ist echt toll gemacht was willst du? ach man kann Batterie noch einsammeln also kann man die doch unterwegs aufladen brrrr pfff voll hm da war doch was hallo health krass guck mal der Mond unendlicherei Hilfe ja komm lass mich durch um zu scannen hallo danke zwei Signale pfff die Frage wahrscheinlich oben wieder irgendwo ja damit wenn man unten Scheiße baut dann wieder ewig lang bis oben hin braucht hu wie hu das glaub ich der eine da ist nix da ist nix mach schön deine Patrouille sehr schön sehr schön irgendwie bringen die Batterien gar nix Batterie Ammo ja und die Waffen sind immer noch so gut wie der soo wo seid ihr? da hinten ist einer scheiße Leute scheiße das ist die auf die